Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen, ja, verschneiten guten Morgen und 1. April, ey. Ich dachte, ich sehe nicht richtig, wo ich jetzt aufgestanden bin. Wir haben April, vor einer Woche war ich im T-Shirt unterwegs. Aber gut, schöner April-Scherz, kann es wieder aufhören. Ansonsten, wir traden momentan bei ungefähr 44.600 US-Dollar. Wir haben unser 7-E-Gap geklaust. Vielen, vielen Dank nochmal für den geilen Livestream gestern. Hat richtig wieder Bock gemacht, so viele Zuschauer wie noch nie. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Wie gesagt, bevor wir jetzt starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like, da abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt sofort durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 44.600 US-Dollar. Wir haben unser 7-E-Gap geklaust. Wir haben aber jetzt auch diesen kleinen Abtrend hier nach unten hin durchbrochen. Ist nicht so schlimm, wir haben jetzt auch neue Monatswiderstände bzw. Support zu neuen Monatspivots. Ja, der erste liegt bei ungefähr 43.600 US-Dollar. Wir haben gestern schon im Livestream angesprochen, ob wir jetzt wirklich nur das 7-E-Gap closen. Jeder wird da wahrscheinlich wieder long gehen, weil jeder auf diesen Close, sage ich mal, wartet. Bin ich ein bisschen nicht davon überzeugt, deswegen habe ich so gesagt, okay, die 43K sind so für mich der nächste Anker, sage ich jetzt einfach mal so im Sinne, wo wir hier den nächsten Bounce sehen könnten. Problematisch ist halt, wir haben jetzt wieder Wochenende einfach, aber trotzdem, Monatspivots liegt bei ungefähr 43.700. Darunter haben wir noch eine kleine Demandzone bei ungefähr 42.800 bis 43K. Und genau dort liegt auch der 200 EMA auf dem 4-Stunden-Chart und der 200 SMA ist da auch nicht mehr weit entfernt. Das heißt, diese Zone wird enorm interessant für mich jetzt werden, um mögliche neue Positionen vielleicht aufzumachen und dann hier möglicherweise den Bounce zu sehen. Problematisch ist jetzt einfach, wir haben jetzt wieder Freitag, Wochenende steht vor der Tür. Das heißt, sollten wir jetzt wieder am Wochenende steigen, hätten wir wieder ein neues 7-E-Gap nach unten hin. Ob das so wünschenswert wäre, ist die andere Frage. Ansonsten könnten wir momentan auch sagen, okay, wir retesten hier momentan diese ehemalige Range. Ihr seht es hier immer wieder, wo wir hier oben Widerstand hatten, beziehungsweise ja immer wieder Widerstand in dieser Zone. Ich habe aber ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, dass wir punktgenau auf diese Zone rechnen, weil wie gesagt, die Leute haben einfach damit gerechnet. Überall in Gruppen, ja, wir gehen uns noch das 7-E-Gap füllen und dann geht es wieder Richtung Moon oder sowas. Deswegen war ich gestern so eher auf der Schiene, okay, 43K, weil wir auch hier immer wieder rejected worden sind, bis wir dann mal drüber gekommen sind und noch keinen richtigen Retest an dieser Zone hatten. Und halt auch hier nochmal diesen kleinen Pump hatten, das heißt, dieser könnte nochmal aufgefüllt werden. Also die 43K sind noch nicht wirklich draußen, auch wenn wir den RSI jetzt deutlich in einem überverkauften Bereich haben, beziehungsweise das heißt deutlich, wir sind in einem überverkauften Bereich auf dem 4-Stunden-Chart. Also es ist schon krass, wie schnell sich das jetzt gewandelt hat, innerhalb von einem Tag RSI einfach wieder runterkapituliert. Sieht momentan eigentlich ganz gut aus. Problematisch ist halt einfach, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, das Wochenende. Wir haben einen neuen Monatswiderstand bei ungefähr 50.000 US-Dollar. Müssen wir einfach mal, also die ganzen Pivots sind relativ nah beieinander, wie ich finde. Also letzten Monat war das doch mal deutlicher. Also ihr seht es hier drüben, R1 da unten, S1 da, P jetzt sind wir da. Also es zieht sich langsam immer enger. Also ich vermute, dass hier vor allem der April nochmal deutlich volatiler wird. Oder ich bin immer noch auf der Meinung, dass es relativ bullisch wird. Also ich bin nicht bearish eingestellt. Momentan läuft das alles noch nach Plan. Wir könnten theoretisch auch nochmal in den Bereich von 41k, weil hier einfach nochmal diese Trendlinie verläuft. Aber so weit gehe ich jetzt ehrlich gesagt nochmal noch nicht. Es ist momentan alles so, was so nach Plan gelaufen ist. CME Gap Close war extrem wichtig. Einfach so diese psychologische hinten dran. Monatspivot 43,6. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir den auf jeden Fall nochmal antesten. Oder halt auf diese 43k wegen den 200er EMA auf dem 4 Stunden Chart. Wir können mal ganz kurz auf dem Daily noch dazu gucken, ob es da irgendwelche Änderungen gibt. Wir haben jetzt den dritten Tag, der momentan zumindest rot ist. Ist nicht verkehrt, nachdem wir 7, 8 Tage wirklich grün geschlossen haben. Immer wieder mit Pumps. Und wenn ihr da auch nochmal guckt. Monatspivot liegt bei 43,7. Ich erwähne es nochmal. Und die EMA Ribbons auf dem Daily, nachdem sie bullish geflippt werden, wäre ein perfekter Retest hier nochmal. Die jetzt auch da in diesem Bereich liegen. Also es kommt hier eine Menge Konfluenz zusammen. CME Gap und sowas war auch viel Konfluenz, sag ich mal. Aber es war einfach wieder zu offensichtlich. Da sind wahrscheinlich so viele Longs reingespült worden. Wenn ich mir die Fundings angucke, sind die einfach positiv. Deswegen kann ich mir für den heutigen Tag nochmal vorstellen, dass es nochmal ein bisschen runter geht. Und dann wird es halt interessant, weil wir dann das Problem hätten, sollten wir jetzt hier runter gehen. Übers Wochenende pumpen, hätten wir wieder ein CME Gap nach unten, hätten dann so eine Art Doppeltop. Was wir uns jetzt nicht wünschen würden. Aber müssen wir natürlich schauen, ist wirklich noch zu früh. Aber übers Wochenende würde ich sowieso keinem raten, unbedingt irgendwelche Trades aufzumachen. Lieber ein bisschen Seitenlinien ein bisschen abwarten. Aber das sind so die Zonen, die auf jeden Fall interessant werden könnten. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum hält sich eigentlich relativ gut. Auch hier die 3200 US-Zollern haben relativ gut gehalten. Dafür, dass Bitcoin doch nochmal einen Schwung nach unten gemacht hat, hätte ich eigentlich gedacht, okay, Ethereum geht hier sogar in den Bereich von 3.150. Aber auch hier, dieser Retest hat eigentlich im Endeffekt geklappt. Also diese Linie bei 0,382 perfekt geretestet worden. Die EMA Ribbons halten hier sogar noch im Gegensatz zu Bitcoin. Also auch hier müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie sich Bitcoin verhält. Ich vermute, die Altcoins werden sich wahrscheinlich wieder ein bisschen schneller erholen. Wir sehen, die Bitcoin Dominance ist auch wieder bei knapp 42%. Also auch nochmal deutlich nachgelassen. Ansonsten, Cardano auch stabil gehalten. 1,10 Dollar haben wir gestern drüber gesprochen. Ein bisschen tiefer könnte man hier sogar noch, ich sag mal, in dem Bereich von 1,07. Wären so die nächsten Long Opportunities. Hier liegt jetzt der neue Monatspeavit. Würde auch ziemlich viel Schwung da reinbringen, sag ich mal, in diese Zone mit einem Retest dieser ehemaligen Range. Wäre interessant momentan. Auch hier überhaupt kein Trade mehr offen. Generell dürften jetzt die ganzen Trades nach heute Nacht auf jeden Fall durch sein. Werden wir jetzt nach neuen Anstiegen Ausschau halten. Solana, 4 Stunden EMA Ribbons getestet. Da oben diese Zone rausgenommen. Das heißt, dieses High ist jetzt auch endlich mal weg. Aber ihr seht, die Altcoins halten sich relativ stabil. Also Bitcoin ist hier mit, sag ich mal, der größte Verlierer. Wenn wir uns das mal so charttechnisch angucken. Auch von den Prozenten, 2%. Ethereum nur noch einer. ADA nur noch 1,9. Also es hält sich hier alles relativ stabil, muss man schon ganz ehrlich dazu sagen. Na gut, müssen wir jetzt mal schauen. Litecoin hat seinen Peak, sag ich mal, bei 1,19 Dollar gehabt. Ein bisschen tiefer hätten wir hier auch noch gekönnt. Hier liegt der Monatspeavit, 200er, SMA. Plus unser roter Abtrend. Also ihr seht, ein bisschen Potenzial nach unten ist noch. Würde dann das nochmal bestätigen, was wir jetzt bei Bitcoin gesagt haben. Nochmal ein bisschen tiefer zu gehen. So maximal die 43K. Danach wird es dann wirklich kritisch, sag ich mal. FTM hält sich absolut bullisch hier momentan. Auch hier erste Rejection am Monatspeavit. Volumen abfallen. Also auch hier würde ich momentan in keinen Trade reingehen. Wir müssen jetzt erstmal abwarten. Ich habe es gestern schon als öfter gesagt. Bitte niemals in solche Candles reinschorten. Ist überhaupt keine gute Idee. Beziehungsweise auch nicht rein long. Kann absolut in die Hose gehen. Wie gesagt, wir haben jetzt am Wochenende alles ein bisschen gediegender angehen. und dann vielleicht am Montag mit neuen Trade starten. Beziehungsweise übers Wochenende ein bisschen beobachten, was kommt. Vielleicht hat auch die EU-Abstimmung ein bisschen Auswirkungen, wo er jetzt verboten wurde. Aber wie sie es umsetzen, keine Ahnung, weiß auch noch wirklich keiner. Aber gut, ist für mich eher schon wieder so ein bisschen Newsplay. Bearische News Richtung Wochenende. Die Kurse nochmal ein bisschen drücken. Müssen auch mal gucken. Terra, ob die noch ein bisschen weiter kaufen. Gestern haben sie ja nichts mehr gekauft, komischerweise. Luna momentan bei 100 US-Dollar hält auch die Ribbons ehemaliger Retest hier. Nochmal dieses Ascending Triangles. Also auch hier sieht es gut aus. Die Alpcoins machen so überall jetzt gerade momentan so einen kleinen Retest auf diesen Monatspivot, der auch nicht mehr weit weg ist. Also es ist nichts Schlimmes. Es war vorhersehbar, dass wir diese Korrektur früher oder später sehen werden. Hat sich halt jetzt gut angeboten, sage ich mal. Aber vor dem Wochenende mag ich halt sowas ungerne sehen. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz die News an, die ich noch nicht aktualisiert habe. So, 14 Milliarden US-Dollar-Bewertung von Blockchain.com und NFT-Domains. Oh Gott, wenn ich NFT schon wieder lese. Ja, Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes, sonniges, verschneites Wochenende. Baut einen Schneemann. Keine Ahnung, genießt das schneereiche Wetter. Ich hasse Schnee. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder, beziehungsweise in der Telegram-Gruppe. Sollte es noch irgendwas geben, werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal. Wir hören uns morgen früh wieder. Und bis dahin, stay crypto und ciao, ciao.